Wie jedes Jahr macht Maxi Markov seine Placement Games. Wir placen uns in LoL. Guck dir das an. Neue Animationen. Ich bin out of film protected. Oh, man muss die Rolle hier unten auswählen. Oh, das ist schon unangenehm. Wir gehen Jungle. Wir gehen Jungle und Top Actually. Wir werden nur Shen und Nocturne spielen. Wir wollen immer globale oder semi-globale Ults haben, weil wir wissen, wie LoL funktioniert. Es sind fünf Idiots gegen fünf andere Idiots. Ohne rein. Ja, la, la, la. Wir sind schon wieder in der Queue. League of Lelics ist ein Game. Da musst du jeden Flame. Ah! In zehn Jahren werde ich mir das Video angucken. Maxi Markov 2022 Placement Games. Look at me! Wir kommen, Leute. Wir kommen zum Placement Games 2022. Es geht los. Wir sind Top Lane. Das bedeutet, wir haben einen perfekten Überblick über das gesamte Game. Für uns ist es ja nicht das Ziel, I want to win. Na, wir gucken das eher so als soziales Experiment. Game number two. Wir haben Kimmel. Wir werden gepapstormt, Top Lane. Das ist auch gruselig. Look at him. Keine Skins. Wo sind wir hier? Diese Wave, die lasse ich hier. Diese Wave, die lasse ich hier. Diese Wave, die lasse ich hier. Die werde ich hier sowas von einfrieren. Ich werde sie in Friesen. Ich werde sie so hart Friesen. Ich bin der Endboss von Namek. Boah! Verrat mal, wie der heißt. Es ist Friesen. Land. Schland. Oh mein Gott, bin ich gut. Oh yeah. Ich gehe Base. Ich habe meinen Job getan. Ich habe R gedrückt. Uh! Dadurch habe ich ein Assist gekriegt. Und das ist wunderbar. Denn meine Wave ist absolut geschmeidig. Denn die ist direkt vor dem Turret. Oh mein Gott, ist die beautiful. Diese Wave ist einfach nur sweet as. Assists sind wichtig. Denn unser Darm braucht einen Ausgang. Sonst wird es ganz schön disgusting. Hast du mich gerade geultet? Warum? Warum tust du das? Er lebt noch. Wieso? Oh, der Slow hat gereicht. Gutes Weg. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse ja Mages. Ich habe ganz vergessen, dass es tatsächlich abartig viele Mages in League of Legends gibt. Forgot about that. Ich bin ein schlechter Spieler. Aber ich habe die Awareness der Map. Ich fliehe also in die richtige Richtung. Ihr seid solche Leliks. Wie kann man schon toplegen? Wie kann man so dumm sein? Mann! Ich bin einfach ein Panzer. Ich kriege da noch ein Gesist. Sehr gut, Ari. Überragender Charme. Er kommt einfach zu mir geflogen. Yeah! Loll. Können wir uns auf einen einigen oder machen wir beide gleichzeitig? Das ist der Vorteil im Alpha Strike. Natürlich auf jeden Fall beide. Boah. Leute! Ich fasse es nicht. Oh no! Kaputt. Ging nicht richtig. Ging nicht richtig. Mein Joke war... I'm joking! I'm joking! Meine Damen und Herren, mein Name ist Maxi Markov. Ich bin einer der besten League of Legends Spieler Europas. Das Leben ist nicht einfach als LOL-Spieler. Es ist absolut crazy, was man da alles tun muss. Was man beachten muss. Es ist eine kompetitive Szene. Es ist wirklich nicht einfach, nachzuverstehen, wie die... I hate this channel. No! No! Wie die Leute ticken. Was sie tun. It's not easy. Ab ins Gap. Ich war beschäftigt! Pingt der mich. Kann sie nicht den besten Spiel Europas pingen, Mann. Ich bin nicht enttäuscht von dem. Good, nice. Boah, das war so dumm. Boah, das war so dumm. So, Game Nummer 3. Kleinschnitten. Game Nummer 5. Oh, fuck. Das, mate. What an idiot! What an idiot. What an idiot. Hab sie im Kommen? Ja. Das ist tatsächlich absolut witzig. Leute, das ist die... Das ist... Ich hab alle Krabben bekommen, glaube ich. Ich hab legit alle Krabben bekommen. Die freuen sich. Die waren happy. I'm a happy hippo. So, Game Nummer 6, Leute. Tom Kench, Ignite, Teleport, Toplane. Gegen fucking Kale. Ein guter Spieler würde jetzt eine Aussage über das Matchup treffen. I don't know. Das ist verrückt. Aber egal. Game 8, Leute. Game 8. Gib 8. High Five. Plus 3. AF. Und dann, äh... Noch zwei Games. Vaxim Varkov. Richtig. Also, ich würde es schon sagen, dass ihr mehr Ws nehmen dürft. Und W steht für Win. Correctus. Richtig. Richtig. Hoffnung. Schaut gehen Osten. Rohan wird kommen. Grausamer Tod, Leute. So. Also. Wir haben einem Silberspieler Jungle gegeben. Okay? Wir haben einem Silberspieler Jungle gegeben. Let's talk about that. Mit dem W kann ich da Hardcore gegenarbeiten, ne? Ha! What an Idiot! Was ist'n das? Oh, war das ein Penta? Todes-Stun-O-What? Oh, ihr seid solche Negligees. Ihr seid einfach Nuggets Vater seid ihr. Der Jorik würde sich freuen, wenn er in den Stats. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das ist ein Counter-Shotdown. Bin ich ein geiler Hecht oder what? Holy shit! Hab ich die? Ich hab die einfach geschwängert. Oder können die froh drüber sein, weil die dann Kinder mit Skill kriegen. Holy-Ass-Guagga- Hey, hau doch mal ab. Ich weiß nicht, sie beendet ja da oben. Das klingt gut, oder? Kannst du's schaffen. Bitte. Ich finde, 5.5 war schon sehr gut. Aber ich bin auch wirklich krass gut. Also, das könnt ihr schon sagen, dass es einfach amazing ist, was ich jetzt stande bringe, Leute. Das ist absolut amazing. Ihr macht jetzt folgendes. Ihr geht jetzt auf maximarkov.de und schaut euch da um. Okay? Gönnt euch ein bisschen Merch. Müsst ihr noch nicht. Macht was ihr wollt. Ihr seid erwachsen. Link dran, maximarkov.de Da gibt's leider keine Elo zum Kaufen. Aber trotzdem schöne Sachen.